Es ist Gnullnau Uhr. Ich habe Angst, dass die Menschen viel zu tun. Was natürlich zu Streit führt. Hase! 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 Leck mich! Ich mach den Splott! Versuchst doch heute, Drecksel! Das mache ich! Hase! Meine Krampferde! Ich habe nicht getötet! Ihr Schweine! Hallo! Ich schwabbel fleisch, gib mir mal ein Bier. Danni. Danni. Ey, glaubst du nicht mit denen ihr jeden zu Dreck seht? Hm. Tu ich nämlich nicht. Ich lasse das Wasser an und so. Das ganze Trinken kann es aber auch sein lassen. Im Trend ist es wieder zum Spieleidiger, oder was? Paus, Maul. Oh Scheiße. Seid ihr geändert. Du kommt jetzt mit. Ja. 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 Ich schließe mir gar nicht aus, was ich gedacht hab, äh... Bitte ganz aussichtbar schlafen... Mein Kajal! Eben, darf ich jetzt einnehmen? Nee, ich hab die nächste Garten. Ach, wenn du dieses Schasskleid zu bezitzen kannst, dann kann man auch nicht mehr Zelle voran gehen. Na ja, man kriegt ja... Ja. Ich hab noch was mit dem Stoffband. Stehen bleiben, du Schieß. Sie ist nicht stehen geblieben, Schweinerei. Sie haben ein Auto in der Wüste, mittendrin und voll verstaubt. Einfach nur geil. Es fährt noch. Hallo. Scheiße, die Bullen. Der Asser. Das kann er in den Dach versüßen. Leute, ich bin mir da. Das können wir ein Kippen aus dem Dach versüßen. Ein weiße Nachtweiler in der Wüste. Für alle Hirngeschädigten übernehme ich keine Verantwortung. Ich bitte um Entschuldigung. Es muss zu schaffen sein, meine Damen und Herren. Wenn ich die CDU ansehe, die Repräsentanten dieser Partei an der Spitze in den Ländern, in den Kommunen, dann bedarf es nur noch eines kleinen Sprühens sozusagen in die gluternde Lot, in die gluternde Flut, dass wir das schaffen können. Und deswegen in die gluternde Flut, wenn ich das sagen darf. Und deswegen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus